Hallo und willkommen zum nächsten Part, Bausas Lavasee. Den müssen wir jetzt erkunden, die zweite von den drei Welten, in denen sich Bowser versteckt hat. Ohne großes Gerede sollte es hier losgehen und ich lasse das extra Leben, wie immer gewohnt, links liegen. Links. Dieses Gitter taucht in Lava. In dieser Welt gilt es wieder, acht rote Münzen zu finden für einen Stern. Mal sehen, die waren ganz gut versteckt. Habe ich in Erinnerung. Aber das sollte keine Herausforderung darstellen. Die erste ist nämlich hier. Bin ich froh, dass man hier keine hundert Münzen einsammeln muss. Und was ist hier drinnen? Münzen. Nummer zwei haben wir. Und wir müssen uns, glaube ich, auch wirklich... Weil hier ist noch eine. Da müssen wir uns ja runterfallen lassen. Und hier rechts oben in der Ecke befindet sich noch eine. Die habe ich eingesammelt. Ich lasse die Plattform nach oben geleiten. Und kann jetzt diese rote Münze dort auch einsammeln. Das ist die vierte gewesen. Also, nochmal den ganzen Weg. Ups. Eieiei, was ist denn los? Yeah, hinauf. Nächstes Stockwerk. Auch hier, ihr seht's. Es geht immer höher und ein falscher Schritt. Okay, es müsste schon ein ziemlich falscher Schritt sein. Lässt uns wieder nach unten fallen. Oh nein. Okay, das macht nichts. Da sich ziemlich viele Münzen hier befinden, die die Energie wieder auffüllen. Aber wer nix auf dem Kasten hat, der braucht sich hier gar nicht probieren. So. Habe ich dich auch? Bullies. Ich habe gedacht, die muss ich nie wiedersehen. So, ihr seht, diese Plattform steigt auf. Wird immer steiler oder je nachdem. Aber egal. Sechs Münzen. Oh Gott, hoffentlich habe ich alle. Nein! Verdammt! Okay, jetzt seht ihr, die Treppen, die Aufstiege sind ganz minimal. Na, oh, uah. Hilfe. Gerade so. Okay. Bomb-Bomb. Die kommen auch immer wieder. Das war nicht das letzte Mal, dass wir ein Bomb-Bomb gesehen haben. Da ist noch eine. Ja, schock mich doch nochmal. Kein Ding. Sieben. Die letzte ist ziemlich gut versteckt. Und auch der Stern ist, glaube ich, schwer zu erreichen. Habe ich so in Erinnerung. Motep. Warte, warte, warte. Da ist sie. Also die Münze war nicht schwer zu erreichen, aber der Stern, glaube ich. Aber das hat weh getan. Eiei, ich warte, bis der, bis das Gitter oben ist. Dann können wir leichter drankommen. Dort oben ist der Stern. Jetzt fragt sich nur, wie kommen wir da hin? Ich zeig's euch. So. Okay. Gott sei Dank 70 Sterne. Und mit 70 Sternen können wir schon Prinzessin Peach eigentlich retten. Da steht's. Du hast 70 Paar Sterne gesammelt. Jetzt kannst du das Geheimnis der endlosen Treppe lüften. Begib dich zum finalen Duell mit Bowser. Tja, ich begebe mich jetzt erstmal zum zweiten Duell mit Bowser. Die denken schon an das dritte. So, es geht los. Mal sehen, was er zu sagen hat. Was willst du denn schon wieder? Du bist ja lästiger als einen Schwamm Stuben fliegen. Gerade jetzt, als mir die Sache so viel Spaß machte. Aber wenn du schon mal hier bist, gib mir die Power Sterne zurück. Meine Truppen können sie besser gebrauchen als du. So, es gibt einen Unterschied zum ersten Kampf. Nämlich das hier. Er stellt die Stage gewaltig auf den Kopf. Allerdings halb so schlimm. Ich glaube, einmal gegen die Bombe werfen reicht diesmal auch wieder aus. Aber es ist schwieriger diesmal an seinen Schweif zu gucken. Egal. Geduld und Technik. Nein. Warum denn nicht? Egal. I do it. Okay. Diesmal wird es so gut gemacht. Ich hoffe diesmal klappt es auf Anhieb. Und. Nein. Oh Mann, vorbei. Das bedeutet auch, dass er jetzt hier wieder Alarm macht. Ach, wie süß. Okay. Ich habe dich schon fast. Oh Mann. Ich hatte ihn schon fast. So. Aber jetzt kannst du deinen Notruf aussenden. Oh Mann. Ich kapp das doch mal aus dem FF beherrscht. Gut. Solange wir nicht runterfallen. Nicht ganz so schlimm. Aber solange wir sterben, ist das schlimm. Was packen wir? Was packen wir? So. Aber jetzt. Oh Mann. Warum bin ich so schlecht geworden? Ich konnte das doch mal. Betonung auf konnte. Hm. Den finalen Fight, wo man ihn ja dreimal gegen die Bombe werfen muss. war ein totaler Lachs. Dreimal dagegen, fertig aus. Mickey Maus. Aber hier? Was ist denn los? Das muss klappen jetzt. Ja, das war ja wohl. Ein Weiberwurf. Und jetzt steht er da am Abgrund. Wie soll ich den denn dann? Vernünftig packen. Jetzt teleportiert er sich auch noch. Ich hab noch nie mein Leben so lang mit diesem Bossfight rumgehampelt. Kinnis. Oh nein. Wird eine lange Nacht. Okay. Auf ein neues. Ich bin so ein Noob. Das sparen wir uns jetzt an dieser Stelle. Wohlgemerkt. Ja. Ist gut. Aber jetzt mit einem gezielten Wurf gefälligst. Mann. Okay, da stehst du besser. Gut, war immer näher der Bombe kommt. So. Aber jetzt. Sowas von. Das war absolut überfällig. Du hast schon wieder gewonnen. Hat mich etwa die Kraft der Sterne verlassen? Betrachte diesen Kampf als unentschieden. Das nächste Mal bin ich besser vorbereitet. Ich warte am höchsten Punkt des Schlosses auf dich. Dort werden wir sehen, wer stärker ist. Das wird nur ein Weilchen dauern. Also rein theoretisch könnten wir auch laufen. Fertig aus. Aber. Wir werden vorher sämtliche Wilden lösen. Und sämtliche heißt so viel wie alle. Gut. Immerhin haben wir den Schlüssel und. Ich hoffe einfach mal. Wir gucken mal jetzt. Ob sich da. Was hab ich denn gemacht? Nix wie weg. Oh, so hab ich das auch nicht gemeint. Ja, so ist es, wenn man unaufmerksam ist. Egal. Das war's für diesen Part. Ich werde jetzt noch hinlaufen. Und im nächsten Part schauen wir dann mal, ob sich was verändert hat in... Wie heißt die Welt überhaupt? Ob sich was verändert hat in der neunten Welt. Betreffend rote Münzen. Von daher sage ich jetzt Adios. Und im nächsten Part sehen wir weiter. Ciao.